Ja, eigentlich hätte ich gerne vor vier Wochen schon was Schönes gesagt, aber war nur ein fünfter Platz, ich durfte nichts sagen. Also ganz deutlich möchte ich diese Saison sagen, wir haben uns ja ungefähr nach neun Jahren entschieden, neun Jahren DPN entschieden, dass wir dieses Jahr erstmals in der X-Series antreten und einhellig müssen wir sagen, dass es also wirklich eine ganz, ganz liebe Entscheidung für uns war, die ganze Mannschaft, weil gerade wir Vielspieler oder sowas, man erlebt so viel Scheiße woanders und sowas und so viele nette Teams, wie man hier sieht oder sowas, das ist richtig oldschool painful und das gefällt uns sehr, sehr gut. Vollkommen unabhängig, was für einen Platz wir hier machen, ja. Ganz großen, ganz, ganz großen Respekt an Sven, an Sven Harmsen, mit dem ich viel Kontakt habe, schade, dass er jetzt weg ist, also ganz feine Arbeit wir hier machen. Großen Respekt auch Andreas für dieses tolle, tolle Feld und also wir werden hier weiterspielen. Ohne Prozentlich. Das ist toll. Dankeschön an die Refs. Dankeschön an die Refs heute und auch ganz großes Dankeschön an unsere Partnerteams von den Hannover Painters, die kommen einfach nicht über den Unentschieden hinaus. Wir arbeiten daran. Die doch. Und an unser, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns kennen, an die OBL Sharks. Heute hat uns mal geglückt, haben wir uns geschlagen, ich hoffe nächstes Mal auch. Dankeschön.